Unsere Nummer 36, Cullen McCool Dieser Dunkelfuchs war lachgeboren im Jahr 2019, er ist 1,68 Meter im Stockmaß gemessen. Er stammt ab von Cabo Verde, Diarado, Rotspon, aus der Zucht unter Besitz von Saber Suid aus Buxtehude. Cullen McCool stellt sich als ansprechender Parcours-Aspirant der modernen Machart vor. Er überzeugt am Sprung mit Übersicht, guten Reflexen und brillanter Technik. Aus der dritten Generation seines Mutterstammes ist die Wiener von Diarado, 1,30 Meter erfolgreich unter dem Sattel von Nico Tomfordel. Ladies and Gentlemen, Lot Nummer 36, Cullen McCool Dieser Lover Chestnut Gelding ist in 2019 geboren. Er ist 16,2 Meter hoch. Er ist bei Cabo Verde, Diarado, Rotspon. Cullen McCool presents himself as an appealing course aspirant with a modern style. Er impresses at the jump with his overview, good reflexes und brillant Technik. B Bis zum nächsten Mal.